Hallo und herzlich willkommen zu Company of Heroes 2 Multiplayer-Modus. Wenn ich mir nicht irre, Folge Nummer 129, ja, müsste sie sein. Wir sind dabei mit Sir Asylot, mit Michael from Austin und mit Sexy Latino 1986. Joa. So, wollen wir gleich mal gucken? Das wird dann mal wieder ein schönes Match, glaube ich. Mal ein 4v4. Wir sollten eher den oberen supporten. Dann werden wir das auch tun. Einfach mal direkt hin. Ja, dann schauen wir mal, was das wird. Mit dem Typen werden wir dann gleich... Jetzt ist mein Kater hier am rummauzen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. Kann ich jetzt leider gerade nichts gegen tun. Irgendwie hängt hier auch irgendwas an der Maus. Entschuldigung, falls das sich hier gerade ein bisschen merkwürdig anhört. Ich müsste hier gerade mal ein bisschen pusten. So. Ja gut, dann nutzen wir mal eben den Leck. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ja gut, ich bin mal ganz kurz AFK. So, da sind wir auch schon wieder. Was will der von mir? Was will der von mir? Nicht noch? Ach, dieser Bug, der nervt aber auch. Ja, sorry auf jeden Fall nochmal für die Unterbrechung. Es tut mir leid. Aber er ließ sich gerade nicht verhindern. Oh, Treibstofflage gebaut. Oh, na gut. Sonst wäre das ein bisschen doof gewesen. So, ein Trupp bauen wir auch noch. Die sind dabei, das einzunehmen. Ich würde sagen, danach helfen wir da unten. Dann werden wir mal hier so rumgehen. Alter, was will der? Mann, Mann, Mann. Das ist voll am rumheulen hier. Unglaublich, manche Leute. Ah, diese blöden Ostgruppen. Schon so ein bisschen nervig. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt als nächstes Munis. So, die sind auch gleich da. So, was ist denn los hier? Wieso sind denn die da? Schon am fighten. Unglaublich. Unglaublich. So. Jetzt gibt's Mollis. brennt. Ihr Säcke. Äh. Jetzt laufen sie. Hat ein bisschen gedauert. So, die müssen mal weg. Die sind dabei. Egal, wer es haben will. Es gehört uns. So. Den geht's eigentlich auch noch relativ gut. So. Das gehört jetzt erstmal uns. Ja, diese blöden Ostgruppen. So, Maddox. Wir brauchen Maddox. Und welchen Commander nehmen wir? Da haben wir uns auch noch nicht so wirklich... ...für entschieden. Müssen wir uns auch noch mal was überlegen. Gut. Die haben Raketen. Krass. So haben wir auch Raketen. Die gehen ja ab. So. Können die sich mal verziehen? Wo kommen die denn her? Naja. Die werden ganz gut zusammengeschossen. Ja. Soviel zum Thema Noob und so. Wenn man sich jetzt mal gerade die Karte so anguckt. Naja. Was haben da jetzt gerade so hart geschossen? Irgendwo ein MG. Ich hab jetzt keins gesehen. Hm. Merkwürdig. Naja. Wo denn? Ach, da. Da hat er eins aufgebaut. Da hat er eins aufgebaut. So. Brennt mal. Was ist mit euch? Wo seid ihr eigentlich? Da seid ihr. Geht mal hier rum. Und ergert sie mal ein bisschen. So. 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 Ballert sie mal weg. Dum dum dum. Ah. Das ist jetzt nicht so toll. So. Okay. Ihr könnt weg. Ihr schnappt euch das mal. Könnt ihr euch endlich auch mal verziehen. So. Verzieht euch mal. Verdammt. Tick zu spät gedrückt. Wurden wir gerade noch eine Gruppe zu weisen. Und das gefällt mir hier nicht so wirklich. Hm. Hm. Ja. Hahaha. So. Wer ist jetzt eigentlich das gewesen? Sir Asilot? Sir Asilot Tino? Wer hat da das vorhin geschrieben? Hm. Würde mich jetzt mal interessieren. Naja. Ist ja auch nicht so richtig. Wir erobern für das sowjetische Volk. Da ist ein Bugel. Könnt ihr mal hier was dran werfen. Hopp. Das ist geschehen. So. Dann einmal nachrüsten. Genauso wie hier. Ja. Und jetzt heißt es erstmal einen kleinen Tick warten. Ja. Natürlich ein bisschen ärgerlich hier mit dem Bunker. Oh 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 oh. Jetzt kommen sie direkt hinter uns. Hopp. Komm schon. Ah. Sie trifft nicht so toll. Und greifen. Und auf jeden Fall besser sein kann. Viel besser. So. Ich glaube. Die verziehen sich mal. Uiuiuiui. Brauchen wir mal eine Feldkanone. Ja. Läuft voll. Oh Mann ey. Die Russen sind so vielleicht zum Pioniere einsatzbereit. Ja irgendwie. Komm ich mir gerade ein bisschen. Faire Arsch vor. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Da können wir nochmal Treibstoff bauen. Wir brauchen hier ein Treibstofflager. Das ist die gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Was machen wir da? Ja. Das sieht ja jetzt schon ein bisschen krass aus. Wir gehen mal doch lieber hier hin. So. Macht mal hin. Ihr nicht. Ihr nicht. Ihr nicht. Ihr nicht. Ihr seid doch auch gar nicht so weit. Jetzt könnt ihr. Dann bewegt ihr euch mal da mit. So. Dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir doch mal schauen. Oh Mann. Oh. Wir sind noch gar nicht so weit. Jetzt sind sie so weit. So. Was baut er denn da? Ein Graben. Okay. Raus. Jetzt gibt den mal. Alter. Uh. Der stirbt. Der stirbt. Oder auch nicht. Alter. So viele Fußtropen. Drei mit dem Molly. Ja genau. Lauf durch. Finde ich gut. Finde ich gut. Alter Schwede. Aber wir haben sie hier glaube ich ganz gut unter Kontrolle. Oh ja. Haben wir. Und wie wir das haben. Können wir uns gleich noch einen MG krallen. Und abhauen. Abhauen. Nachrüsten. Und so. Ja nur scheiße. Dass wir hier die einzigen zwei sind. So ein bisschen was leisten. Hm. Nicht so toll. Nicht so toll. Lassen wir das mal lieber. gestorben. Ähm. La? Was lauerst du da? Der Typ hat echt Probleme. Der Typ hat echt Probleme. Ohne Witz. So. Wir werden uns jetzt mal in die Richtung hier aufmachen. Also richtig entschieden, was wir jetzt nehmen, haben wir uns aber auch noch nicht. Au. Ah gut, was geht noch? Okay. 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 Wir haben uns noch einen ganz kleinen Tick ran. Wir dürfen gleich frei sein. Komm schon. So. Der Schiss hoffentlich auch. Der Schiss hoffentlich auch. Ja. Wir sind keine Feindlinge. Dieses Territorium ist wertvoll. Das Erobern ist eine Sache. Das Halt ist ein Problem. So. Bewegung, Leute. Und Aufhörterledigt. Mal gucken. Ja. Ja. Der rückt. Da wollen wir doch mal schauen. Dem könnt ihr mal was ranwerfen da. Alter, Junge. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Das ist mal ernsthaft. Immer da. Zack, zack, zack. Du schnappst dir das da mal. Dat den da. Ja. Bisschen ran. So. Das ist ja noch so ein Bunker. Aua. Die werden uns aus diesem Territorium rausgraben müssen. Oh, guck mal da. Wir haben leider nichts, um die aufzuhalten. Das ist ein bisschen doof. Wir müssen uns doch nochmal das hier holen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bitter, bitter, bitter. Bitter, bitter. Was sind denn die hier? Achso, ja. Oh weh, oh weh. Läuft nicht so wirklich. Ja, wir nehmen jetzt mal doch den hier. Artillerie bringt hier, glaube ich, nicht so viel. Tja. Dann nochmal versuchen, das zu holen. Irgendwas haben wir gekillt. Das ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt muss das aber mal hier ein bisschen besser sitzen. Der ganze Kram. Ja, die hört sich ganz gut. Dann kriegen sie nicht mehr. Komm, komm, komm. Einmal noch schießen. Sauber. Sauber. So, mal einfach auf ganz schnell Treibstoff bauen. So, und wieder nach vorne. Und ihr nach da. Das verlieren wir anscheinend auch schon wieder. Das ist auch schon wieder weg. Oh man, oh man. Macht mal Henne. Schnell, schnell, schnell. Das ist halt ja noch ganz in der Basis. Das ist halt ja noch ganz. So. Dann mal durch hier. Und dann mal durch da. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Das Ganze hier noch ein bisschen länger halten kann. Dann haben wir das bald hier auch. Hoffentlich so. Ja, und die spammt schon wieder Panzer ohne Ende. Da brauchen wir gar nicht rein. Da so lange. So. Hier rum. Nochmal Gas geben. So. Und Terror machen. Und in noch den Bunker laufen. Scheiße. 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 Oh. Da leckt es. Einer will wohl anscheinend raus. Doch nicht. Das ist einer von den Gegnern. Ui. Scheiße. Scheiße. Ja. Dann kommt die genauso weg. Tja. Warten wir nochmal einen kleinen Moment. Schauen wir mal, was Sache ist. Das ist sogar der hier mit dem Panzer gerade so. Okay. Da ist er rausgeflogen. Da ist er rausgeflogen. Hm. Tja. So wirklich richtig was tun, können wir da nicht. Zumal da jetzt gerade ein Panzer kommt. Schnappen wir uns lieber den. Tja. Versucht da mal einfach mal eine Sprengladung ranzulegen. Na? Ja. Mh, ja. Die stehen da auch exorbitant gut. So. Probieren wir das Ganze doch nochmal. So, wir könnten uns jetzt zwei Panzer holen. Nö. Wir stürzen uns im Gestür. Jetzt sparen wir uns. Ja, ja, genau. Da sollt ihr hin. Genau zu dem sollt ihr hin. So, dann geht mal weiter. Geht mal weiter, hab ich gesagt. So. 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 Na, wobei. So. Wer geht da irgendwo hin? Warten wir einfach mal. Da ist halt gleich wieder was drin. Zack. Und noch einer. Tschüss. Gut. Hier ist gerade ein kleines Problem. Wie sind die eigentlich? Na, relativ in Nähe. So. Ah, Mann, Mann, Mann. Unsere Jungs lassen sich aber auch echt gerade vorführen. Oha. 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 Da kommt aber einiges gerade an. Da kommt aber gerade einiges an. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Boah, wie viele sind denn das? Das sind ja richtig viele. Hm, da können wir ja nicht mal gegen die eine Gruppe hier wirklich bestehen. Dass es einfach zu viele sind. Mist. So, aber wir haben jetzt ein IS. Ob uns der jetzt so viel bringen wird. Das gammelt da unten rum. Fußtruppen. Okay, dann einfach mal hier hin. Gucken wir mal. Da gucken wir doch mal. So, ihr auch hinterher. Wo seid ihr? Ihr seid... Da. Okay. So. Musst du mir sogar gleich... Oh, dauert nicht allzu lange. Können wir den zweiten holen. Das ist doch bestimmt eine gute Sache. Ihre Befehle, Genosse. Dann haben wir uns eingetroffen hier. Das haben sie. Okay. Sieht doch in die Richtung. So, macht her ne. Scharfschütze. 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 Oh, ja? Ihr Schweine. Alter. Ja, ja, ist okay. Ich hoffe, sie haben es noch geschafft. Macht sie weg. Zwei Stück. Gibt's doch nicht. Wieso macht ihr so viel Schaden? Jetzt aber. Das hat wir sessen. Also, wo ist der scharfschütze? So. Oh. Oh, 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 oh. Der muss weg. Ey, das ist doch nicht wahr. Schon wieder so ein Schwein, was das angeht, oder was? Gibt's doch nicht. Unglaublich, so eine Scheiße hier. So, ein Pech. Immer und immer und immer wieder. Mann, Mann, Mann. So, jetzt können wir nicht viel gegen sie machen. Scheiße und so. Ich würde ja gerne. Aber ich kann nicht. Brummel. Da können wir uns auch genauso gut verpissen. Bevor wir hier Ewigkeiten Truppen verheizen. Entschuldigung. Genau, mach mal was. Ach, hier ist zu. Ja, nice. Das ist doch ganz nice. Gebt ihn. Gebt ihn, gebt ihn, gebt ihn. Er kriegt nicht so viel Schaden. Strange. Muss ja nochmal gucken, irgendwie im Bericht nochmal schauen. Ist da irgendwas gibt mit Panzerung oder so. Wäre ja mal interessant. So, gebt ihn. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Austroppen. Wie ich sie inzwischen hasse. Äh. Sterbt einfach. Super. So muss das. Was kommt denn da? Tiger. Da müssen wir mal ganz schnell. Da müssen wir mal ganz, ganz schnell. Also bitte, von hier. Einfach mal von hier kommen und draufhalten. Danke. Schön draufhalten hier. Fahrer, stopp. Fahrer, stopp. Fahrer, stopp. Wir sind unterwegs. Ah, den hat er nicht gesehen, anscheinend. Interessant. Interessant. Okay. Okay. Da ist auch schon wieder was. Auch ein bisschen spät gemerkt. Das muss man ja mal sagen. Oh, 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 die ganzen Fußtruppen. Die ganzen Fußtruppen. Das ist aber zügig. Jetzt müssen wir einmal das Wechselspiel machen. So. Das haben die gemacht. Sauber. Der fährt jetzt einfach mal weg. Da habe ich keine Lust drauf. Jetzt geht den richtig. Ich weiß schon, warum ich damit abgehauen bin. Der hat doch nämlich nichts mehr gerissen. Oh, guck mal. Könnt ihr euch mal eine Panzerschreck krallen? So. Was haben wir denn hier? Watt hier. Wow. What the heck? Mach doch mal was. Mensch. So. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen kucki-kucki machen. Der Bunker war noch da. Nicht zu schön, aber egal. Wir werden ja mal versuchen, zu laufen. Scheint es oder? Ganz gut zu klappen. Noch ein Stück weiter. Ein Stück weiter. Ein kleines Stück. Los, 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 los. Los, los, los. Wir haben das Feuer. Wir haben das Feuer. Prüfen, wir haben genossen. Es geht los. Jetzt gibt ihn. Autsch. Das scheiß Fahrzeug. Das scheiß Fahrzeug. Das scheiß Fahrzeug. Sauber. Oh. Jetzt haben wir aber einen MG-Trupp verloren. Nicht aufgepasst. Die machen dafür hier jetzt Terror ohne Ende. Das ist gut. So. Ja, komm, fahr doch mal ein Stückchen ran da. Ein Druck kann da mal reingehen. Was schießen die denn? Achso. Mörserangriff wird sofort genossen. Echt so. Wow. Alter. Scheiß MG ist. Äh, Mörser meine ich. Wow. Da ist schon wieder einer gestorben. Da ist doch schon wieder einer gestorben. Schießt, 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 schießt. Ein Mörser-Trupp hat uns Gesicht nicht erwartet. Na, komm. Alter, was ist denn hier? Wow. Wieso ist hier ein Fieger? Oh, ey. Da ist ja fast am Arsch. Wir bekommen einen Schiff. Mh, 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 mh. Bitter, bitter, bitter. Ist der jetzt mal endlich weggelaufen? Oder was ist da los? Hm. Scheint wohl ein bisschen verpackt zu sein. So. Sollten wir uns vielleicht doch noch mal einen Trupp holen? Noch mal einen IS-2. Den schicken wir dann gleich mal da hin. Ja, so viel Geld. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Klung. So. Kommt dann schon mal einen Schritt nach vorne. Ja. Dann schon auf die Fresse gekriegt, die Jungs. Da sind sie. Der wird auch schon repariert. Sehr schön. Sehr schön. So. Bewegt euch mal. Repariert ihr überhaupt? Oh, Mann, Mann. So, gib ihm. Gib ihm richtig. So. Long. Nein, du sollst auf den Tiger schießen. Immer noch. Genau. Sehr gut. So, und jetzt fährst du mal noch da unten. Da ist nämlich noch irgendwas. Das hab ich genau gesehen. Da werden wir noch mal gucken gehen. Da ist ein Mörser-Trupp. Ist jetzt erstmal egal. Das Fahrzeug interessiert uns. Immer noch irgendwo ein Fahrzeug. Da. Da ist noch was. So. Rot machen. Dankeschön. Dankeschön. Ich wusste es. Ich wusste es. Das war nämlich er hier. Das war nämlich der. Sag mal. So. Macht sie mal weg. Macht sie mal. Einfach nur weg. Danke. Einfach nur Danke. Oha. Oha. Da haben wir uns aber in was reingewagt. So. Dann müssen wir noch mal eine etwas andere Position einnehmen. Jo. Dankeschön. Der war ganz gut. So. Wollen wir doch mal gucken. Oh. Wir sind da passiert. Au. Alter. Es geht hier nur gerade ab. Den da. Den da. Den da. Nein. 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 Nicht glocken. Nicht glocken. Nicht glocken. Nicht glocken. Genau. Was war das? Danke. Da ist eine AT. Die kannst du dir mal krallen. Uh, uh, uh. Ganz schön hohe Verluste hier gerade. Äh, 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 äh. So, machen wir den da. So, einfach mal ran da. Du siehst doch, da was. Und da musst du Ruf halten. Den haben sie. Da ist noch was. Da haben wir noch was. Na? Macht er jetzt hier für Aktion. Jupp. Dann mal weg. Ja, 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 ja. Sind doch gerade dabei. Viere sind doch gerade dabei. Ganz locker. Ja. Sehen sie ihn nicht. Jetzt sehen sie ihn aber wieder. So. So war. Oh, wir haben unsere Ingenieure alle verloren. Naja. Brauchen wir doch nochmal Eiche. Den brauchen wir doch nochmal welche. Na, komm schon. Anna zieh weg. So, aber. So. Du schaltest mal um. Du drehst mal um. Und du reparierst jetzt mal. Zack, zack, zack. Da darf sich jetzt doch. Da darf er auch reparieren. Oh. Super Sache. So, Nummer drei. So, wir heißen jetzt da hin. Oh, 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 oh. Na, aber die Reparaturen, die dauern natürlich. Wie man sieht. Oh. Da haben sie aufgegeben. Hm. Das ist natürlich auch in Ordnung. Das ist natürlich auch in Ordnung. Jo. Gucken wir uns doch glatt mal die Punkteübersicht an. Dass wir da einen Schaden rausgehauen haben. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. 3, 8, 5. Ich ja 3, 8, 5. Achso. Oha. 383. Alter Scheiße. Hat er viele verloren. Krasse Kacke. Ja. Wir haben uns soweit eigentlich ganz gut geschlagen. Und ja, ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Was heißt, Company of Heroes von Multiplayer. Auf bald.